hey leute willkommen zu einer runde skywars auf dem goma hd.net server auf der map village und jetzt erkläre ich euch warum wir lange Zeit keine Videos kommen vielleicht haben einige gemerkt ich habe manchmal gar nicht Musik unterlegt weil ich habe keinen Bock aber jetzt habe ich mir ein besseres schneidtoren besorgt dass es viel besser klappt vielleicht kann es einige ich probiere jetzt hier vielleicht ein Fall jetzt aber jetzt erstmal die Truhe holen komm mal her so die leute müssen verarschen ok so war das ganze nicht geplant oh gott damn it man ich wollte diese falle bauen und du störst mich direkt dabei schildern mit dem felsen nicht sie er hat sich gerettet? Ne. Wo ist denn jemand? Das war glaube ich nicht die einzige. Ja, da haben wir uns nicht da drüben. Boah, alter! Wie singet mich denn? Ich wollte erst nichts zu retten, ne? Junge, lass mich doch erst mal. Zieh dich! Junge, du fuckst mich echt hart ab. Weißt du das? Mann, 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 Mann. Kleine Bitch. Du kriegst mich genauso wenig. Ich will doch erst mal craften. Und dann starte ich mich dabei. Ähm, so. Das braucht nicht, das wir schauen. Ähm, so. So. Ich weiß nicht. Da vorne war glaube ich normal. Ich habe glaube ich Wasser gesehen. Ähm. So. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Equipment. Ich weiß es ist gerade post hier um zu campen. Aber ich wollte eigentlich eine Falle bauen. Und ich wollte nicht, dass sie ihn so zu mir kommen. Ich wollte nicht, dass sie ihn so zu mir kommen. Ja. Du musst einfach mal am besten mit da hin. Kuchen. Steak. Ja, was machst du da? Komm einfach rüber. Das ist noch ein Fischkaken, oder? Schau. Esel. Spaß. Ja. Schau. Ähm, ja. Ich hab mein Wasser jetzt. So. Ne. So. Habe ich jetzt mein Wasser mit? Ne. So. Ja, jetzt alles nicht. Ähm, ja. Wo ist denn der letzte? Der last. Ähm, Geheimnisbeginn. Wo war ich? Ich hab ja nicht mehr für gelegen. Hab ich grad auch gecheckt. Ich hab mir jetzt kaum einen. Ach, da muss der letzte. Ne, so noch drei Leute halt. War nicht. Check, dass ich offen bin. Kann ich einfach runter holen. Oh Gott. Egal. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. So Leute. Da sind wir auch schon wieder auf der nächsten Map. Auf der Map. Kerstin. Ja. Und jetzt geht's drauf da. Hoffentlich ja. Okay. Vor allem die Runde lief er ganz gut. Und vorher uns die Leute überrascht haben. Ähm, ja. So. 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 Ihr seid hier. So. 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 so 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 das gleiche steht zu ihm gehen wir dann jetzt mal schnell ja komm ja dankeschön das wollte ich bezwecken damit ich in der perle wieder bekomme ich weggeworfen haben zehn jahre ist gut und kurz ausschauen halten wir brauchen trüben sie mann ich will das was ich will das ist eine sache dankeschön ich könnte jetzt probieren auch in die mitte zu gehen und ihn dann schnell zu holen ich will dir kommen ich habe nochmals viel und dann könnte es ganz gut klappen so leute ich bin ein bisschen krank ich bin doppelt so schnell wie er nein Egal. Wir sehen uns gleich in der letzten Runde Skywars. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir auf der letzten Map. Auf der Phantom? Ne. Warum? Okay. Phantome. Egal. Ähm, wir finden die Crafter. Diesmal spielen wir zu zweit. Mal schauen, ob's dann besser klappt. Aber natürlich nicht mit den Typen. Ja. Ich geh ran da. Tschüss. Egal. Hat er sich jetzt wirklich weg teleportiert? Nein, ist Arschloch. Egal. So. Ja, geil. Jetzt bin ich allein. Er ist auch allein. So. 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 Jetzt prob' ich dann einfach so schnell zu snageln. Ne, das soll ich halt... Aber die sind beide nicht besonders komisch. Ich hätt' auch nieder aus dem Chat. Junge Te-Mate lieb's nicht? Ne, natürlich nicht. Die haben alle schon so krass gekürzt, ne? Ja, Arschlöcher. Haben wir die nach mir geworfen? Oh, verzieh dich. Ich hab' keinen Bock auf Stress. Ach. Zumindest nicht gegen euch. Ja, Mann. Not back. Egal. Das war's für die heutige Runde. Wir sehen uns morgen bei irgendeinem anderen Spielmodi. Haut rein. Ciao. Ciao.